So, so lassen, das ist gut. Jetzt haben wir schon über einen Platincoin. Das gefällt mir doch schon mal sehr gut. So. Schon mal relativ reicher jetzt hier. Können Sie gesehen unsere Frostbuck-Boots noch verbessern? Ne, lassen wir mal lieber. Vier Abwehr, drei Schaden, ja, ne, lassen wir alles mal. Wie scheiße ist denn das? Toll, dieselbe Scheiße wie vorher. Finde ich jetzt nicht so geil. Ein Goldensink hier. Goldigoldig. So. Das nächste Klinik war das ganze Team Prime. Und dann sind wir auch schon fertig. In den drei fucking Bossen. Mir fällt auch nichts anderes ein, was ich noch machen könnte. In der Zwischenzeit. Gar nichts. Ich kann nichts abbauen, weil ich von jedem die Scheiße brauche. Das Einzige, was ich machen könnte, ist mir natürlich jetzt die, äh, wie habe ich davon jetzt? 53. 50. Na ja, könnte ich mir noch nicht ganz machen. Die heilige Rüstung. Die haben zu gesehen noch mal mehr Dev gibt. Oh, Sascha, nicht so müde sein. Wir haben jetzt 19.25. Wie viel Prozent, weiß ich, muss ich gucken, aber gehe lieber einfach in den, an die Küste. Ich muss mein Handy gerade mal laden. An die Küste und such da dir eine Piratenkarte. Besser und schneller. Schauen wir jetzt mal. So, es wird nämlich langsam wieder Nacht. Handy lädt gerade im Hintergrund. Wir haben hier auch noch schön 150 Heiltrinkel. Können natürlich jetzt auch noch hier ein bisschen weitere Häuser bauen. Für wichtige NPCs, aber brauchen eigentlich keine NPCs mehr. Oder? Nö, eigentlich nicht. Außer den Pilzidioten halt. Wo ihr immer noch immer nicht reingeschrieben habt, ob der, der geht aufs Dschungel. Ich glaube, aufs Dschungel-Bio musst du oben das placen. Das Pilzzeug. Normalerweise machst du ja diese eine Tosse, die diese Gun verkauft. Extradinator, wie das Ding heißt. Was? Nein, wie hieß denn das? Wo du dann so sprühen kannst. Das wäre halt ganz gut. Aber ich mache es meistens so ganz nervig über die Oberwelt, dass einfach nur der kleine, kleine Stück dazu aus Dschungel-Bio wird, um mir dann den Typ zu machen. Obwohl, den brauchen wir eigentlich gar nicht, weil, naja, die Turtle- und die Beetle-Rüstung werde ich mir machen. Kann ich auch so kriegen. Fishron, naja, müssen wir jetzt nicht unbedingt töten. So. Na, das Schiff ist echt scheiße. Das ist echt kacke. So, in der Zwischenzeit können wir hier noch ein bisschen Haus weiterbauen. Obwohl, wenn das Haus jetzt zu groß ist, ist es auch nicht gut. Weil es dann immer zu hoch wird, um dann hier schnell rauszufliegen und hier in den Kampf zu gehen. Na na ja, wir gucken mal. So. 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 Jetzt noch zwei Stühle dazu. Oh, es wird Nacht. Ich darf eigentlich keine Zeit verlieren. Alles klar. So, die Nurse lebt noch. Wunderbar. Ich halbe mich komplett. Vorher habe ich es auch gefressen. Auf geht's. Oh, du kommst ein bisschen schnell, mein Skeleton. Prime. Oh, da habe ich auch wieder Sachen hingebaut. Ist nicht gut. Stört meinen Fluss. Jetzt konzentriere ich mich mal wieder. Das muss ich aber nutzen, um über ihn zu fliegen und dann die ganze Zeit Schaden zu machen. Minimal. Ja, sehr gut. Eigentlich muss ich versuchen, in der ersten halben Nacht mindestens ein, zwei Arme zu zerstören, die mir auf den Sack gehen. Wie die zwei hier. Das Ding. Die Arme sind das Schlimmste eigentlich. Wie der jetzt gerade. Aber ich komme halt nicht richtig dran. Der Feind ist echt scheiße mit einem Jojo. Ja, jetzt gerade fliegt der auch beschissen. Der bleibt nicht mehr so stehen. Guck mal, dass ich ihn langsam treffen kann. Und Hannes ist richtig behindert. Bis auf das jetzt. Ja, das geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das bringt mir nichts. Ich mache kaum Schaden gerade. Also es ging vorhin auf jeden Fall um einiges besser. So, jetzt habe ich dich. Sehr gut. Da muss ich ein bisschen draufgehen, damit er ein bisschen Schaden kriegt. Jetzt wird es langsam ein bisschen problematisch. Ich gehe lieber auf Sicherheit anstatt hier irgendeinen Scheiß zu bauen. Eigentlich muss ich auch nur seinen Kopf weiterkehren, aber das wird halt ein bisschen schwer. Ich muss hier ein paar weg haben. Sein Segen und Bomben und den ganzen Scheiß hier. Oh mein Gott. Oh, du bist ein bisschen, du bist, das ist ein bisschen fluffig. Schau, mein Mikrofon funktioniert auch noch. Wunderbar. So, komm, 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 komm. Oh, fuck. Komm, 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 komm. Super Saw. Super Siege, ey. So, komm jetzt her, du blöde Säge, verreck jetzt endlich mal hier, du auch. Ich muss sagen, das bist jetzt der schlimmste Boss. Ich konzentriere mich eigentlich normalerweise auf ein Menschchen und nicht, wo ich hinschieße und das ist voll dumm, mit dem Dingsgang zu treffen. Also mit der Konsolenversion viel Spaß. Jojo Only Run mit Konsolenversion würde ich mir jetzt nicht so lustig vorstellen. Komm her, komm her. Ja, Säge, du kannst herkommen. Das ist kein Problem. Komm her. Was sagt die Zeit eigentlich? Das Gute ist, dass ich den Federtrank gehabt, dass ich wegen so langsamer der Luft in der Luft bleibe. Oh, ein kleines Assi, ey. Assi-Kind hier. Ja, jetzt komm. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Töte das Ding. Oh, oh. Oh, fuck. Nee, ist heimisch, danke. Komm her. Nee, jetzt mach diese Säge endlich mal kaputt hier. Ist echt nicht mehr lustig. Jetzt auch schon wieder weiter. Ich hab die Elf schon gezockt. Ich hab wenigstens die Säge rennt weg. Die Hinderte. So, eine Säge ist schon mal ab. Das heißt, die nervt mich jetzt nicht mehr. Der Laser nervt mich. Nee, das ist nicht lustig. Der Laser ist ein richtiges. Okay, ist leider kein tödlich hier. Ah, komm, 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 komm. Jetzt, 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 jetzt. Ja, komm. Sehr gut, sehr gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ich kann derbe viel Schaden, mich gerade sehr. Oh, komm, komm, jetzt. Ja, die Säge, komm, die geht jetzt auch noch kaputt, bitte. Voll, ey. Also, wenn bitte auf Deutsch oder auf Englisch schreiben. Komm, 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 komm. Ich kann es nämlich gerade nicht lesen. Oh. Jetzt langsam wird er aggressiv hier. Langsam aggressiv. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Genauso wie mir dieser Super Laser nicht gefällt. Komm, schnell. Bevor die Nacht zu Ende ist, nicht dass gleich wieder Tag wird, dann habe ich wieder gelitten. Ja, Laser am Arsch. Was sagt die Zeit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zeit ist gleich zu Ende. Na, komm, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Anders geht es gerade nicht. Komm, 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 komm. Ich weiß nämlich nicht, ob es gleich Tag wird. Ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Es sieht nämlich sehr danach aus, dass es gleich wieder Tag wird. Es sieht sogar sehr danach aus. Alter Schwede. Habe ich die Sehnen gekriegt? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube nämlich nicht. Nein, da sind sie nicht. So. Den härtesten, nervigsten Boss, Alter. Alter Schwede. Der war so beschissen mit dem Jojo. Ich glaube, wir hatten hier fast... Ja, kurz vor Tag wahrscheinlich. Alter Schwede. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf, war so ein Scheiß. Auch wenn der eine, der gerade japanische Zeichen gepostet hat, deutscher, war es mir gerade kackegal. Kein Bock auf so einen Kindergarten. So. Jetzt können wir uns nämlich die Spitzhacke machen. Die machen wir uns natürlich sofort. So. Und wir machen uns auf jeden Fall noch die komplette heilige Rüstung. Alles andere brauchen wir zur Zeit nicht, weil Plantera wir eh unten im Untergrund hier bekämpfen. Also brauchen wir die, wenn wir mal den Nachkampf schaden. Wunderbar. Aber wo ich das Gefühl habe, dass es wahrscheinlich jetzt nicht reicht. Wie viel haben wir denn noch? 39. Das reicht nicht. 15. Dein Scheißernst. Äh. Hose kostet nämlich, glaube ich, 16 oder so. 18. Okay, dann machen wir uns die gleich. Please talk German, you silly idiots. Nice. So. Hm. Das heißt, wir machen uns die gleich noch fertig. Aus diesen Bahnen hier. Was anderes kann ich aus diesen ganzen Scheiß-Seelen eigentlich nicht mehr herstellen. Das ist eigentlich total für ein Bobbes jetzt hier. Take it, take it, take it. Und jetzt gehen wir in den beschissenen, zack, zack, zack. Sailor Pants braucht keinen Schwanz. Das braucht auch keiner.